Die Hand pausen. Wie läuft, Junge? Sydney, danke für viel Spaß. Ja. Du schreibst auch wie ein Arzt. Going back to Norway. Ja, jetzt ja. Jetzt fahre ich zurück. Es ist nicht so weit, es ist 12, 13 Stunden. Nonstop. Möchtest du es schwarz, silber? Nein, scheißegal. Der Raum ist geil, oder? Der ist geil? Ja, ja. Macht dich das geil? Ja, ja, klar. Servus. 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 The King of the Ring, hier. Nein, nein. Nein, nein, nicht der King of the Ring. Hier, Stian, mach mal auf hier. Damit wir mir ein bisschen hier zeigen. So, dieser Schliffzug ist der Typ. Ich bin Stian. Stian Bowsen. Wie läuft, Junge? Stian hat uns besucht heute. Er ist schon die ganze Zeit hier, aber Chris war am schneiden. Wir waren jetzt gerade schon unterwegs in Dortmund. Haben ein bisschen was in Dortmund angeguckt. Ich habe ihnen die Scheiß... Nein, Dortmund ist schön. Weiß ich nichts. Ich habe wenig gesehen. Du hast ein Gebäude gesehen gerade. Und das war scheiße. Was ich habe ich gesehen, ist scheiße. Ich glaube, das hier ist die Ghetto-Straße in Dortmund. Hey, hey. Ja, aber ich bin im Ghetto. Stian fährt TCR, fährt... Hey, das ist für dich, ey. Ehrlich? Von 2016. Cool, jo. Wie hast du das Video gemacht? Stimmt. Haben wir. Ja, für dich. Geil, ey. Guck mal hier, sogar mit Widmung, ey. Das ist ja cool. Sydney, danke für viel Spaß. Ist das Deutsch korrekt? Was ist das letzte Wort? 2016. 2016? Ja. Du schreibst aber wie ein Arzt. Da lacht er. Da haben wir nämlich einen Seat Spezial gedreht. PS-Profi Seat Spezial. Und wenn ihr euch daran erinnert, habe ich ihn quasi platt gemacht bei der schnellen Runde. Auf keinen Fall. Ey, ich war aber ganz schön nah dran. Ja, es war nichts viel, ey. War nicht viel. So schlecht war ich nicht. Komm jetzt. Das ist, weil ich auf dem Weg fahren musste. Cool. Ja, weil du nicht fahren kannst. Ja, klar. Ja, klar. Boah, ein schickes Bild von dir hier. Also jung sah er so aus, alt sieht er jetzt so aus. Verlebt. Ey. Aber jetzt mal ohne Scheiße. Das ist so krass, was er macht. Der knüppelt jetzt gleich nach Norwegen. Going to, back to Norwegen. Ja, jetzt ja. Jetzt fahre ich zurück. Das ist nicht so weit. Das ist 12, 13 Stunden. Non-stop. Wie oft pendeln? Du bist oft hier in Deutschland, ne? Ja, klar. Kein Problem. Aber das Diät, die wir jetzt benutzen, das funktioniert nichts, ey. Warum was denn? Meine Diät funktioniert voll gut. Nein, das funktioniert auf keinen Fall nichts. Doch, wirklich. Ich habe abgenommen. Au! Du bist ein Sackgesicht, ey. Guck mal, du hast ein eigenes Buch. Ja, klar. Aber das ist mein Sponsor-Budier, ey. Guck mal hier, ey. Aber es fühlt sich gut an, ey. Ja, ja. Ja, klar. Das ist meine Sponsor. Boah, Spotluck. Ey, guck mal, ey. Warte mal, guck mal. Hey! Boah, das sieht aus Sebastian. Ui, ui, ui. Wo haben wir ihn schlecht getroffen, ne? Nein. Doch. Das ist normal, oder? Nein, komm, der sieht sonst immer besser aus. Guck mal. Die PS-Profis. Ja, ich habe ein Missing-N. Sidney Hoffman, Doppel-N. Doppel-N? Ja, Mann. Tut mir leid. Aber ich kann auch nichts Norwesisches schreiben, ey. Ah, das machst du auch? Ey, in Norwegen, ne? Was geht da? Erzähl mal, weil wir haben jetzt noch einen Kunde hier gehabt aus Norwegen. Ja, aber das können wir in Norwegen machen. Mein Sponsor hat dieses Platz in den Mountains. Ja. Wir können so fahren und mit Auto auf die Eisstrecke fahren, ne? Das habe ich mal gemacht mit, wo war ich denn da? Auch in Finnland war ich da. Ja, genau. Das ist fast gleich. Aber kann man richtig so einen weghauen? Ja, klar. Weil da war so, weißt du? Hey, 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 ruhig, ruhig. Da, wo es Spaß gemacht hat. Nein, nein. Auf meinem Sponsorplatz können wir Vollgas machen, ne? Scheißegal, was du machst. Echt? Sollen wir das mal machen? Warum nicht? Just keep it. I made few for the Sponsors. You can keep it. Ehrlich? You have to sign it, man. It is signed it. I made it special for everyone I'm signing personally. That was a little bit extra, ey? Yeah, I need an extra one for Sidney. For my lovely friend Sidney. I can write it here. Für meine schwule Kumpel Sidney. Hey, du Wichser. Das ist sein Lieblingswort übrigens. Sein Lieblingswort ist Wichser. Nein. Doch. Willst du es schwarz, silber? Nein, scheißegal. Jetzt aber hier raus. Hier, hier, hier. Your heart. Ja, it's in my heart. Warum 79? Weil ich da geboren bin. Ja. Cool. But I think also 79 letters together or the numbers together is cool. Yeah, I think so. Then I have to make 87. 87? Wow. Ich war 30 dieses Juli. Ehrlich? Ja. Du guckst aber äh. Du guckst aber äh. Du guckst aber äh. Du siehst aber älter aus. Ja, dankeschön. Wir müssen jetzt Stin ja erstmal ein bisschen pushen auch. Instagram hat er. Und Facebook hat er. Ja, das ist geil. Das ist geil. Hey, yo. Ja, kein Problem. Jetzt hast du meine Nummer. Because you're always changing your number. No, no, no. Ja, ja, ja. Immer gleiche. Immer gleiche. You're always spamming me like all of the... No, I didn't. They're some funny movies. Did you see them or what? They're super funny. Norwegen funny. But my vlog. Wait, man. Which one should we look at? This one with sex. Yeah, I have my girlfriend there. What? No. Is that your girlfriend? Ja, klar. No way. Aha, no way. Serious man? Is this a good vlog? Was? Ich hab dir beim Dreh ein T-Shirt versprochen. Ja. Ich hab's nie gehalten. Weil du nie gekommen bist. Ja, komm. Du bist ein T-Shirt. Komm. We are continuing the Vlog. Without the Superstar, right? I am the new Superstar now. Owner of the New Sydney Industries. Du bist besser in Deutsch, eh? Ja, wir machen weiter mit unsiden, eh? Wir brauchen siden nix. Du weißt wo's lang geht? Was? Du weißt wo's lang geht? You know the way? Ja, I think so. Ja, ich glaube so. Ich riest das, weißt du? Geiles Platz. Sehr geiles Platz. Geile type, ey. Servus, ja. Servus. Ah, das ist geil. Jetzt ist der Superstar wieder da. Muss ich nicht, aber dann sieht die bisschen cool aus. Tatsächlich. Das gönne ich mir einmal im Jahr sowas. Der Raum ist geil, ey. Der ist geil? Ja, ja. Macht dich das geil? Ja, ja, klar. Hier erstmal Dortmund brauchst du, ne? RVB, you know what RVB means? Ja, ist der japanische Guy. Welcher Größe? S. Kleiner oder nicht, eh? Ja, aber hier ist kleiner. S ist keine Chance. Der ist ex-large, ich glaube. In your fantasy, baby. Es ist ex-l. Es ist ex-l. Es ist ex-l. Es ist, es ist, es ist made in Italy, maybe. Ich habe es. Hier, das ist mein erstes. Hier. Das ist groß. Ja, das ist ex-l. Bist du sicher? Du denkst, es ist zu groß? Vielleicht ist es zu groß. Nein, auf keinen Fall. Du bist wie ein Hähnchen, Alter. Na, wenn ich wasche und Klamotten selber, weißt du? Oh, dann nimm XXL. Ja, ja. Geht nicht ein. Nein, geht auch nicht ein. L. Quality. L ist okay. So, das ist Dortmund hier, ne? Sehr gut, sehr gut. Danke ich mir. Und dann musst du einen speziellen... Vielleicht ist das der beste für dich. Real Swarovski, ne? Glaubst du, das passt? Shall ich es probieren? So, we need a cap. Mein Arto, ne? Mein Arto. Ich liebe Mustang. Hey, kein Quatsch. Ich liebe Mustang. Warum nicht? Ist geil bisschen. Was für ein Cap? Norweger haben einfach nicht den Drall. Sie können sich nicht entscheiden. Mein Kopf ist so groß. Guck mal. Wow, du hast einen großen Kopf, ey. Es wird noch ein paar. Wow. Now it fits. Now it fits? Exactly. We are on the limit, ey. Boah, living on the limit. Na, aber das ist cool. Dankeschön, Junge. Ja, bitteschön. Which way are you using it? This way? Nevermind. Both ways. Nevermind. Yeah, I like the back. You don't like it? Seriously? If you tell me you like the back. No, I, the girl. Ah, okay. Now I understand. The girl, I have one. But now you need a special Sitten Industries shirt to represent Sitten Industries in the whole racing world. Huh? When you want me to throw a t-shirt, that is C-Toya. Ah, but that is enough. Yeah. I don't know from you now. No, no. Because I promise you. I will give you some shirts. And a cap. Yeah. I don't recognize about a cap. No, you didn't say it actually. I know. I wanted to have a cap. See? See? No, but I can pay you for it. No. But now I have to go to another appointment. Yeah. I think that. I drive to Norway. How sick. Yeah. I'm going to Norway. Yeah. No problem. Yeah, I need to go to Norway. Where were you last time? In Italy, right? Yeah. Four hours? Last midday, I drove three hours in the morning. In Norway? No. In Høverlof, in Germany. When I went to Padova in Italy and took my paper off. For the aircraft. And then I drove 22 hours. From Høverlof, Padova, Høverlof. No money. So, I have to go now. Yeah. So, take some Red Bull with you. Not only one. One, two. I'll take one of the blue ones so I can taste it. Hey, here's a long way, man. If I will drive 13 hours, I need a lot of Red Bull. And with all of these Red Bulls, we say goodbye for this time. Yeah. Ciao. Cheers. It's not loving. At the beginning. Take care. Take care, orientale. There'd be a little bit, but a little bit of a garden. Just need a little bit of a garden is hard for them. See ya. See ya soon. See ya. See ya. Got your green edging here. Towarius apart from Industries.